Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Supermarkt Simulator mit meiner Wenigkeit. Ich grüße euch. Ich habe ein bisschen gegrindet und das heißt in dem Sinne, zwei Tage, glaube ich, gespielt. Also zwei Kassierungsgeschichten gemacht und ihr seht, ich habe einmal die neue Ladenerweiterung, die ging dann hier rechts weiter. Damit haben wir jetzt auch eine zweite Kasse. Sehr schön. Und der Rest ist mehr oder weniger alles beim Alten. Es ist, und das kann ich euch schon mal vorab sagen, das pure Chaos, was uns heute gleich erwarten wird. Denn ihr könnt euch vorstellen, wenn ich jetzt in der Kasse auch mit eingespannt bin, naja, ne? Ihr könnt euch denken, so frei nach dem Motto, ne? Es ist so eine Sache. Aber, prinzipiell erstmal, ich hatte einen neuen High-End-Kunden gehabt, der hat fast 200 Dollar bezahlt. Das war krass. Und vor allen Dingen in den letzten Tagen, also in den letzten zwei Tagen, ist auf jeden Fall diese Drogerieabteilung hier abgegangen. Wie habt ihr nicht gesehen? Das Klopapier wird mir aus den Händen gerissen. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile hier im Spiel auch Corona gibt oder so. Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall absolut krank. Und mit absolut krank, meine ich absolut krank. So, wir müssen jetzt erstmal bezahlen. Nicht bezahlen, sondern kaufen. Und zwar gar nicht mal allzu wenig, denn die haben mir hier wirklich gefühlt alles leer gekauft. Und mit nicht nur gefühlt alles, sondern alles, alles. Also hier oben, die brauche ich. Ne, die normale Soda brauche ich. Also die, aber die könnten wir auch nochmal mitnehmen. Käse habe ich in dem Fall. Ach, die Milch ist auch schon wieder alle. Und deswegen, wir werden uns dann auch, habe ich mir jetzt mal so nebenbei überlegt, einen zweiten großen Kühl-Dings da holen. Für die anderen Produkte. Also gerade für die Milch-Geschichte und für die Eier und so weiter und so weiter. Weil das ist sonst, das ist einfach, man merkt, das ist zu klein in dem Sinne. Das ist halt einfach zu klein. So, jetzt haben wir hier schon mal wieder die Zähne voll. Das sind schon wieder 200 Dollar weg. Dann fliegt das mal alles wieder rum. Ich fühle es also hier. Ihr wisst, was ich meine. Also das ist halt hier, man merkt halt, dass es einfach zu, äh, mittlerweile zu klein ist in dem Sinne. Aber ja, aber ihr werdet es gleich sehen, wenn wir hier mit Kassieren anfangen. Ich, äh, beeile mich hier, das Ganze relativ schnell mit aufzufüllen. Beziehungsweise das hier drüben wieder ins Lager reinzunehmen. Aber ein bisschen Zeit werden wir dafür jetzt, äh, gezwungenermaßen verwenden müssen. Das geht leider nicht anders. Deswegen, deswegen, äh, ich kann euch schon mal so viel sagen, wenn ihr selber noch nicht an dem Punkt seid, aber einige oder viele von euch sind ja schon viel weiter wie ich. Ähm, die NPCs entscheiden nicht, also, sagen wir mal so, die, die, die Logik, wie die NPCs die Kassen ansteuern, also an welche Kasse die gehen, ist irgendwie Zufall. Also, oder mehr oder weniger vordefiniert, ne. Wenn ich nicht an der Kasse bin, und bei der NPC-Kasse ist aber noch Platz, zum Beispiel, gehen sie trotzdem an meine Kasse. Ich hab natürlich den Vorteil, ich kann die Kunden da drinnen einfach halten. Also sprich, ähm, die machen ja kein, kein Hack-Mack, wenn die da jetzt auch mal 10 Minuten stehen oder so. Jetzt mal übertrieben ausgedrückt, ne. Ähm, das ist natürlich der Vorteil, äh, dann kann ich mich immer noch, äh, um das Ladengeschäft kümmern, wenn ich gerade irgendwas einräume, bestelle oder whatever. Die stehen da halt an, ähm, und gehen dann gegebenenfalls halt, ähm, und andere, eher gesagt, gehen dann auch zu den NPCs, ne. Also, äh, also zu den NPCs, eher so gesagt. Also, von daher, ja. Aber wenn ich jetzt nicht an der Kasse bin, gehen sie trotzdem dorthin. Dann kriege ich halt die Benachrichtigung, hallo, hier, Kasse besetzen, bla bla bla, und so ein Schnulli halt, ne. Äh, deswegen, deswegen, das ist so eine, so eine Sache, so eine Sache, so eine Sache, äh, die man auf jeden Fall mit beachten muss, ne. Aber gut, dann passt das hier erst mal. Puderzucker, 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 Mehl, ach du, was war denn jetzt hier nochmal? Äh, Reis? Ne, der Reis ist da vorne. Äh, was war in der Zeile, äh, wenn die überlegen, über, ach, normales Mehl, ja. Äh, genau, 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 normales Mehl, ja, wusste ich doch, wusste ich doch. Schokolade, Schokolade, aber es ist Wahnsinn, was die mir mittlerweile, ähm, hier wegkaufen. Ich meine, das ist gut, das ist positiv und alles, nicht falsch verstehen, äh, es ist trotzdem krass, ne. Die haben hier zum Beispiel die komplette Handseife wegge, äh, weggekauft und ich kann euch nicht sagen, warum. Es ist einfach, die hatten scheinbar einfach Lust und Laute, ohne an der, an der Handseife. Ich, 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 ich weiß es nicht. Also, ich weiß es for real einfach nicht, ne. Äh, wirklich komplett bescheuert. Komplett bescheuert. Ne, das gleiche mit dem Klopapier. Wie gesagt, es ist, ihr könnt es euch nicht vorstellen, ich hatte einen Kunden, der hat dann sogar das, ähm, das Förderband noch nachgespawnt, der hatte einfach sechs Rollen Klopapier. Also sechs, also nicht sechs Rollen, sondern, äh, sechs Packungen Klopapier. Einfach so. Einfach so was nicht und zack war das Klopapier wieder alle. Also wirklich komplett, äh, komplett bekloppt. Also wirklich komplett bekloppt von vorne bis hinten. Aber, na gut, kannst du bekanntermaßen machen nichts, ne. Kunde ist ja König. Also, hm. Nichts mit haushaltsüblichen Mengen a la Deutschland, ne. Wir sind hier in Amerika. Das ist alles ein bisschen lockerer. Das weichen, das weichen. Aber, na gut, so. Die Erdnussbrücher noch ein Blöffel, die kriegt man sogar alle komplett rein. Sehr schön. Hier die Handseife. Da habe ich jetzt zwei bestellt. Mal gucken, ne, das war auch kein Fehler, die zwei zu bestellen. Aber, ihr müsst euch das so wirklich vorstellen, innerhalb von einem Tag haben die dann, hier sind zwölf Stück drin, ne, haben die mir 24 mal Handseife, äh, äh, weggekauft. 24 mal. Ne. Also, komplett beschert. Ich weiß nicht, vielleicht war, ähm, vielleicht war einfach, äh, großer Putztag, ne. Ich kann's euch, ich kann's euch nicht sagen. Es war auf jeden Fall eine sehr, 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 sehr wilde Nummer, ne. Also, wirklich eine sehr, sehr wilde Nummer. Ähm, Eier brauchen wir auf jeden Fall noch. Und Apfelsaft und Orangensaft. Eier. Apfelsaft. Orangensaft. Sehr schön. Dann ist das Großteil vom Geld auch schon wieder weg hier. Ähm, was ist das jetzt hier gewesen? Orangensaft, dass ich ja nicht nochmal das falsch einsortiere, es wäre nicht so geil. Gut, Lager geht jetzt auch langsam, aber sicher voll. Dann muss man noch die Preise anpassen und dann, äh, kann man auch schon, äh, in die wilde Fahrt mit reingehen. So ist es ja nicht. Aber erstmal brauch ich ja noch ein bisschen Eier. Stell ich jetzt mal hier ab. Alles, was hier so klein ist, das lohnt sich sonst schlicht und ergreifend einfach nicht. Und dann hier noch, äh, danke. Und dann hier noch einmal Reiniger voll klatschen. Also voll klatschen mehr oder weniger. Und dann sehe ich ja, Bleiche fehlt auch noch. Äh, Nudeln könnte man eigentlich auch nochmal öffnen. Was da ist, ist da. Muss ja mal gucken, können wir gleich noch irgendwas mitnehmen. Die Spaghetti-Dinger sehen eigentlich gut aus. Salz würde ich jetzt auch erst mal. Das Supreme-Mehl, oh nee, das geht eigentlich noch. Der Puderzucker. Komm, wir nehmen einfach nochmal Puderzucker mit. Sicher ist sicher. Aber wie ist ja, bekanntermaßen nie. Dann kann ich ja hier, kann ich ja drüben mit einlagern. Das ist jetzt weniger das Problem. Obwohl, ach nee, guck mal hier oben, gibt es schon gar nicht mehr dran. Also sind wir jetzt schon voll aus, okay. Also können wir doch nur 8 und nicht 10 machen. Aber gut zu wissen. So, und dann noch ein bisschen Bleiche hier mit rein. Sehr schön. Und dann können wir eigentlich schon von Klosett auf öffnen. Und dann schauen wir mal, was das für ein wilder Trip jetzt hier wird. Es wird ein sehr wilder Trip. Das kann ich auch mal so sagen. Wir müssten jetzt theoretisch gesehen eigentlich mit einem Kredit durch sein. Ich guck mal. Hier eine Rückzahlung? Ne, zwei Rückzahlungen haben wir noch. Also 75 Dollar. Dann ist unser Kredit in dem Falle abbezahlt. Wir sind ja mittlerweile Level 17. Also wir könnten uns schon so viele neue Lizenzen theoretisch gesehen kaufen. Aber ganz ehrlich, ich trau mich schlicht und ergreifend jetzt aktuell noch gar nicht. Weil ich komme ja so gerade so hinterher. Dann weiß ich nicht, wie das jetzt mit noch mehr Dingern halt werden soll. Beziehungsweise war das halt auch geldtechnisch gesehen eine schwierige Nummer. Jetzt ist ein einzelner Kackdinger wieder übrig. Ich stelle jetzt einfach mal hier hin. Hoffen wir mal, dass das Brot jetzt erstmal so bleibt. Seht ihr das hier? Das Shampoo? Das ist Wahnsinn. Also es waren jetzt glaube ich nur zwei Stück oder so. Aber trotzdem. Naja. Ich setze mich mal an die Kasse dran. Warum ist... Im Übrigen, die Kasse ist jetzt andersrum wie der. Ist klar. Weil wenn ich die rumdrehen wollen würde, dann wäre ich ja so so. Also da würde ich ja genauso sein wie der. Da müssen die ja hinter mir auch vorbeilaufen. Ist Blödsinn. Deswegen halt so. Dann stellen die sich halt dort so an. Also von links nach rechts. Und bei mir stellen sie sich von rechts nach links an. Aber ist genug Platz. Die kommen sich nicht in die Quere. Ist alles kein Problem. Die können sich natürlich gegenseitig blockieren. Die laufen halt ineinander durch. Von daher ist das gut. Seht ihr den Reiniger? Da ist schon wieder das Endefach komplett leer. Ich meine, das war nicht voll. Aber trotzdem ist es einfach schon wieder leer. Es ist... Katastrophe. Katastrophe. Das Müslis ist zu teuer für mich. Jaja. Von mir aus. Ich habe jetzt nur die Preise nicht angepasst für den heutigen Tag. Das ist okay. Machen wir vielleicht ein paar Cent Venture Gewinn. Aber das spielt auch nicht mehr so die Rolle. Weil wir machen eigentlich ganz gut Umsatz in dem Fall. Was mir aber auf jeden Fall schon aufgefallen ist. Das Abarbeiten ist deutlich angenehmer. Also da gibt es jetzt relativ wenige Probleme mit dabei. Und ich kann schon wieder sehen, dass ich den Reis nachbestellen kann. Also dieses hier Kasse ist voll. Blablabla. Das gibt es jetzt gar nicht mehr. Also das ist wirklich in dem Sinne alles recht easy. Das kann man ganz gut damit kompensieren mit der zweiten Kasse. Aber das war ja im Endeffekt auch der Plan. Gut, der hat gleich das Ding leer gemacht hier. Freut mir. Nehmen wir aber noch den Reis hier bitte nachfüllen. Bevor der wieder alle geht. Aber irgendwas wird sowieso auslaufen. Beim Scannen bin ich schnell. Und wenn sie mit Karte bezahlen, bin ich auch noch schneller wie der NPC. So, kommen sie hier her, gute Frau. Seht ihr das? Dreimal Handseife. Dreimal. Wahnsinn. So, komm mal passend. Ich bin beeindruckt. So, Bleiche, Bleiche, Bleiche. Dreimal Bleiche eingepackt, ne? Wahnsinn. Und die kommt jetzt auch her. Zweimal Öl, dreimal Bleiche und gib ihn, ne? Und dann zahlt sie noch so bescheuert, ja. Also das Klopapier ist crazy. Aber wir haben bei den Klopapieren ja dementsprechend eine gute Marge von 5 Dollar. Also da kann man jetzt wirklich nichts dagegen sagen. Ja, ja. Das ist, alter, der Ernst. Naja, immerhin 7,29. Soll mir egal sein. So, Joghurt geht so langsam aber sicher aus. Hier ist noch alles easy. Sollen wir mal ein bisschen. Oben der Kuchen geht langsam aus. Die Milch, da müsste man mal gucken. Ach, sehr schön. Haben sie gut gemacht. Obwohl ich ja glaube, ich... Ah, Milch habe ich noch da. Also jedenfalls die Milch hier. Das war jetzt aber auch gar nicht mal so das Problem an der Sache, merke ich gerade. Cola. Ähm, was ist das hier? Ach so, das waren die Spaghetti. Warte mal, die kannst du doch bestimmt durch und wieder nachfüllen, ne? Genau, dass sich das erstmal hier wieder so ausgeht. Wasser war jetzt noch mehr oder weniger dran. So, guten Tag. So, jetzt bin ich mal Klobapier. Hier, 6,93 Dollar. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Käse geht natürlich wieder Richtung... Richtung Dings. Aber warte mal, Käse. Aber ich glaube, da hatte ich noch... Eier habe ich noch hier. Ja, ich habe nur Saft in den ganzen Blödsinn. Käse ist schon wieder out of the date hier. Äh, müsste ich also gleich mal nachkuchen, weil das reicht bis abends, äh, definitiv nicht aus. Äh, den Apfelsaft müsste ich aber eigentlich noch haben. Na, das sind die Pots. Ne, ne. Ah, ne, das war hier das Zeug, ne? Ne, Apfelsaft ist dann auch schon wieder out of order. Schlimm. Licht an, bitte. Danke. So, wie gesagt, ich lasse mich da in dem Falle, wenn die jetzt anstehen, nicht stressen, weil, wie gesagt, das hat, glaube ich, zumindest keine negativen Auswirkungen, wenn die da länger stehen. Und, naja, ich muss mich halt dementsprechend auch hier drum geboren. Na, das ist... Das zeigen kann ich mich jetzt auch schlecht. Also, von daher... Haben sie da in einer gewissen Art und Weise auch einfach mal Pech gehabt? Pärtsch aus, Miggi-Maus. Dit wegen 64011. Aha... Ne. So, Müsli ist mir zu teuer. So. Von mir aus. Ich konnte den Käse nicht finden. Naja, eigentlich schon, aber er war halt alle. Kann ja auch nichts dafür. Große Einkauf, effektiv, abgearbeitet. Dit wegen 4949. Das ist doch mal eine schöne Summe, würde ich sagen. Setter, das ist ja gerade nachgespawnt, ne, weil das halt alles nicht mehr aufs Kassenband gepasst hatte. Sie können ja gerne mal wieder zu meinen Kollegen rübergehen, ne, der langweilt sich sonst. Aber es ist ja schon neun, also, ne, ist der letzte, ne, der wird der letzte Kunde hier sein. Und es ist schon gar nichts leer gelaufen, wenn ich das sehe, oder? Na doch, die Milchpackung da unten. Natürlich, die Geschirrspüler tapsen auch wieder alle. Ist Wahnsinn, Alter. Die kaufen dir, also, ist es wirklich, zack, ist es wirklich der reinste, der reinste, reinste Wahnsinn. Was mit den Drogeriedingern hier abging. Also, es war vorher definitiv nett so. Ja. Die Pleiche ist komplett leer. Na, seht ihr hier? Zack, zack, da hat das Ding gleich wieder leer gemacht. Klopapier haben sie mir wieder weggekauft, wie die, wie die Ochsen. Ey, Wahnsinn. Ein absoluter Wahnsinn. Achte, ne. So, aber ihr seht, wir haben über 2000 Latten, ne. Also, so ist es ja nett. Also, Umsatz machst du dementsprechend noch mit Wasserflaschen. Stimmt, die sind alle gegangen. Aber egal. Das ist jetzt erstmal nicht das Problem. Moin, moin. 42. 82. Ah, ja, Bleischmittel nicht finden. Ist okay. So, vier Kunden haben es nicht gefunden. Bei acht waren die Waren zu teuer. 37 Kunden hatten wir gehabt. 1200 Profit. Ja, läuft auf jeden Fall. So, da gibt es wieder eine Menge. Eine Menge, eine Menge, eine Menge. Automatisch bezahlt. Genau, Mitarbeiter, dies, das, Ananas. Okay. Gut. Dann, äh, werde ich mal kurzerhand gucken, was wir hier an Waren auffüllen können. Dann würde ich nämlich jetzt, äh, einfach mal diesen gewachten, aber eleganten Schritt gehen. Äh, das wird ein Fehler werden. Äh, äh, jetzt eine neue Lizenz zu erwerben. Weil, ich glaube, wir haben jetzt die Kapazitäten dafür. Aber es wird, äh, es wird auf jeden Fall eine wilde Nummer werden. Aber erstmal mache ich hier das Lager wieder leer. Beziehungsweise die Restbestände hier mit raus. Das ist erstmal wieder hier so, so wird, wie es wird. Und dann sehen wir mal Weide. Also die Milchabsche eigentlich da ist reingestellt. Das ist erstmal wieder so wird, wie es wird. So. Dankeschön. Stellen wir das hier rein. So. Dann habe ich die normale Gola. Dann haben sie schon zehn Meter drei übrig. Äh. Äh. Gut, ist auch noch voll. Das haben sie diesmal nicht so viel gekauft. Was haben wir jetzt hier drin? Das ist geil, wenn man das nicht sieht. Ja, was soll denn das darstellen? Stimmt auch irgendwas von denen hier. Ja, dann setzen wir das halt hier mit rein. Gut, dann ist das Lager erstmal leer. Easy. Also, wir brauchen Kuchen. Kuchen, Kuchen, Kuchen. Das auf beiden Ebenen. Und das ist sogar zweimal. Dann Nudeln. Auch zweimal. Brot ist okay. Öl. Äh. Können wir auch zweimal holen. Also von beiden Sorten. Dann ist der Kaffee auch mal wieder gegangen. Dann brauche ich Spaghetti. Dann ist das Ding erstmal wieder voll. Kaufen. Aber ich mache das jetzt gleich mal hier so. Schokolade. Schokolade. Reis. Ähm. Machen wir mal Erdnussbutter und Reis. Äh. Quatsch. Und ähm. Salz. So rum. Auch gleich mal noch mit. Wie gesagt, ich kann es ja zur Not ins Lager stellen. Müsli 1, Müsli 2 auf jeden Fall. Was war jetzt hier unten wieder drinnen? Hier war auch irgendwas. Mir fällt es noch gerade nicht ein. Na Gott. Was war hier unten drin? Äh. Warte mal. Müsli 1, Müsli 2. Dann suche ich erstmal noch nach Geschirrspüler-Tabs. Was auf jeden Fall noch gebraucht wird. Ähm. Klopapier auf jeden Fall. Das ist der absolute Wahnsinn. Darf man das nochmal dazu? Normal. Draußen staut sich's auf jeden Fall schon. Was zur Hölle war denn jetzt hier? Ach, die Milch. Genau. 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 Die Milch im Achterpack. Äh. Shampoo brauchen wir auf jeden Fall noch. Wahnsinn. Ähm. Reiniger. Bleischmittel. So. Und das soll dann, ja. Sieht auf jeden Fall erstmal sehr, sehr gut aus. Na, und vorher kriege ich mal den ganzen Spaß damit noch gar nicht. Und jetzt, ja, hier ist das so gut, ja. Und dann, ja, hier ist das so gut. Und dann, ja. Hier ist das so gut. Hier ist das so gut. Hier ist das so gut. Gedanken darum, dass wir das Klopapier nicht mehr losbekommen. So, dann müssen wir generell mal wieder einen Preischeck machen, was generell Phase ist und so. Stell ich jetzt mal hier hin. Okay, pass. Dann kann das ins Lager. Das werden wir hier auch nicht alles reinkriegen. Nein, aber das kann ich hier erst mal hinstellen. Boah, mal größere Tieren landen wir schön. Sehr gut, das auch durch. Dann hier oben den ganzen neuen Kuchen erfüllen. Ich glaube, da habe ich aber eh zwei mal, weil das passt auch immer komplett hier pro Dings mit rein. Oh. Aber dafür hält es auch eine Weile, muss man auch dazu sagen. Also von daher easy. Da habe ich auch Löffel 2 geholt. Ne, genau. Dass das Ganze oben mal wieder aufgefüllt ist. Wahnsinn, was wir hier mittlerweile an Warnbeständen bewegen, ne? Ist schon, ist schon crazy. Ist schon crazy. Also es war auf jeden Fall keine, also es war eine schlaue Idee. Von euch wohl gemerkt. Ich habe sie ja noch umgesetzt. Ähm, doppelt hier aufzufüllen. Stellt euch mal vor, mit der Kundenanzahl und immer nur pro Sorte ein Ding. Also ich werde ja nur kaufen, 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 kaufen. Ich werde ja gar nichts mehr anderes machen aktuell, ne? Von daher war auf jeden Fall eine sehr gute Idee oder eine sehr gute Anmerkung von euch. Ihr süßen, hübschen Menschen. So, dann geht der Reis noch komplett rein. Da haben wir wirklich das Reisregal mal voll. Dann machen wir hier noch die Bleiche rein. Dann hier das Olivenöl. Nein, Quatsch. Das ist ja hier das Billigöl. Also billig in Anführungsstrichen, ne? So, dann hier nochmal Bleiche. Gucken wir mal alles rein. Dann hier die Spaghetti nachfüllen. Dann hier unten das Salz nachfüllen. Ist jetzt nicht so ein Dauerbrenner, aber kriegt man trotzdem ganz gut hier, ne? Ah ne, zwei Fällen. Ah. Dann setzen wir das mal hier hin. Und die Erdnussbude. Auch wieder so eine kleinere Geschichte. Will ich nämlich jetzt nicht unbedingt ins Lager packen, weil, äh. So, Handseife. Ja, äh. Kannst du Russisch Roulette spielen, ob es reicht oder nicht reicht. Joghurt, Eier, Wasser auf jeden Fall noch. Das sind noch so drei Dinge. Aber dann hätten wir es, glaube ich. Joghurt, Eier und Wasser. Und müssen wir mal gleich mal hier dabei sind. Noch einen größeren Kühlschrank. So, wir sind bei 450 Doleros. Den kann ich einpacken. Und auspacken. Den kann ich auch fallen lassen. Das Ding ist, wenn ich den auspacke, hier ist ja das ganze Zeug drinnen, ne? Aber verkaufen selber? Ich kann den einfach nur in den Milch schmeißen, ne? Na gut. Ähm. Wenn sich jetzt einer denkt, oh Junge, immer mit der Ruhe. Krieg mal hin. Krieg mal hin. Scheiß drauf, sag ich mir da. Scheiß drauf. Wir sind Entrepreneur. Wir sind hier gut im Business drin. Uns geht's gut. Uns geht's finanziell gut. Wir können auch mal was wegwerfen. Ja? Wir können auch mal was wegwerfen. Jungs. Mädels. Divers. Je nachdem wie ihr euch fühlt. Äh. Reicht das so vom Lichtschalter her? Ah. Gut. Wir sind ja nicht mehr drauf angewiesen, sag ich mir da. Na, wir können jetzt hier auch einfach mal doppelt ein Wasserflaschen halt reinschmeißen. Ohne schlechtes Gewissen, ne? Und einfach jetzt auch mal die Eier hier doppelt. No. Bam. Und dann auch mal den Joghurt hier. Und wir haben ja jetzt sogar noch, und das ist ja der ganz große Vorteil, ähm, sogar noch mehr oder weniger, eh ne, halt, eh ne Theke noch mehr oder weniger Platz. No. Ah ne, Käse. Ja gut, dann haben wir trotzdem noch, eh, noch eine Theke mehr Platz. Also wir brauchen noch mal Eier, Käse auf jeden Fall. Äh. Tututututututututututu. Eier, Eier. Äh. Käse, Käse. Ja. Passt ja sowieso immer noch immer hier rein. Ich wüsste zwar jetzt nicht auf die Schnelle, also muss man mal gucken, was, ob sich da irgendwas rauskristallisiert. Ähm. Was halt mehr oder weniger ein Dauerläufer ist. Man sieht, jetzt habe ich sogar noch eh eine Eierpalette mehr. Dann setzen wir hier unten nochmal Eier hin und fährt, äh, das Miggy Mörs. Und dann passt das Ganze hier auch. Sehr schön. Gut. Hätten wir das. Freut mir. Dann, äh, checken wir noch mal kurz, äh, die Preise ab. Ob das alles so mehr oder weniger, äh, noch in Ordnung ist. Zum Beispiel der Joghurt ist jetzt hochgegangen. Da können wir jetzt auch einfach mal 296 verlangen. Und gut ist. Käse 3940 ist okay. Eier sind auch okay. Äh, 220 ist okay. Das U hier. Das kann man zum Beispiel hochschrauben. Auf, keine Ahnung. Na, man könnte es eigentlich schon noch höher machen. Aber ich glaube, 399 sind auch okay. Äh, die Soda. Das ist okay. Orangensaft ist okay. Könnte sogar höher sein. Das ist auch okay. Äh, wir müssen es nicht übertreiben, sage ich mir da immer wieder. Ist okay. Ist okay. Ja, vielleicht müssen wir das mal nachbestellen. Das ist ja gut, zugegebenermaßen. Das ist ein bisschen arg teuer. Äh. Könnte man vielleicht da drauf hin. Ist vielleicht okay. So. T kann man lassen. Hier kann man definitiv auf 1149 gehen. Wenn da rumgeheult wird. Vermutlich rumgeheult wird. Ja. Das muss man auf jeden Fall etwas billiger machen. Das kann so bleiben. 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 Äh. Hier gehen wir auf jeden Fall deutlich höher. Das kann so bleiben. Ja. Das kann so bleiben. Das kann so bleiben. Das kann so bleiben. Das bleibt immer so. Das. Oha. Hier könnte man aber eigentlich ein bisschen die Preisspanne anheben. Das ist okay. Das ist okay. Ja. Hier machen wir mal ein bisschen weniger. Hier haben wir auf jeden Fall deutlich mehr drauf. Hier machen wir auch definitiv mehr. Also da haben wir deutlich mehr Spielraum bei der Milch. Beim Toilettenpapier definieren. Obwohl ich weiß nicht ob der Preis dann noch EU wäre. Zwei über einen Dollar mehr. Ja. Aber. 15. Ah ne. Hatten wir jetzt schon 15.99. Ja. Ah ne. Das bleibt immer so dabei. Äh. Da machen wir auf jeden Fall 2.99 Straß für die Handseife. Das ist okay. Das ist auch okay. Äh. Das muss definitiv hoch auf 3.99. Machen wir nämlich auch kaum Gewinn mit der Geschichte. Das geht hoch auf 5.99. Und dann hätten wir einfach alles ne. Eben mal komplett hier durch die Dings durch. Ähm. Ich habe jetzt schon so ein paar Kandidaten ausgemacht. Wo ich auf jeden Fall weiß. Das wird so eine Sache werden. Äh. Brot auf jeden Fall. Das ist relativ. Den Puderzucker will ich nochmal nachfüllen. Und. Ja. Und die Handseife. Sicherheitsseife. Also Puderzucker. Und Handseife. Mal gucken. Ob wir jetzt noch. Genug Geld. Theoretisch gesehen hätten. A. Für die Lizenz. Und B. Für die Erweiterung. Das ist dann nämlich auch nochmal so eine Sache. Das setze ich jetzt einfach mal hier kackendreist drauf. Wir müssen jetzt auch ein bisschen gucken. Bei der Erweiterung. Ähm. Also bei der Lizenzerweiterung. Das wir. Äh. Das wir. Das wir das Richtige wählen. Weil wir können jetzt mittlerweile. Ihr seht. Äh. Eins. Zwei. Drei. Vier. Lizenzen. Leute. Zu kaufen. Und zwar haben wir hier. Mozzarella. Parmesan. Honig. Thunfisch. Eier. Und Puderzucker. Also noch eine neue Puderzucker Lizenz. Das liest sich allerdings alles so. Dass der Mozzarella und der Parmesan. Da bin ich mir ziemlich sicher. Der muss ins Kühlregal. Der Honig. Äh. Ins Regal. Thunfisch. Ins Kühlregal. Eier. Möglicherweise ins Kühlregal. Und Puderzucker ins Regal. Ist also so ein. So ein Mischmasch da. Würde 750 kosten. Haben wir aktuell nicht. Dann haben wir Butter. Müsli. Hähnchen. Pommes. Gemischte Pizza. Und Kartoffelsack. Das wird das erste Ding sein. Mit der Gefriertruhe. Dann haben wir Käse. Kaffee mit heller Röstung. Wasserflaschen. Eier. Ähm. Makaroni. Zucker. Und grüner Tee. Das kostet dann aber auch schon fast 2000 Latten. Ähm. Also 1950. Ähm. Wäre so das eine Ding. Wo man jetzt ähm. Theoretisch gesehen. Fast. Also der Käse wird ins Kühlregal kommen müssen. Ähm. Und die Eier gegebenen vielleicht auch. Bin mir nicht so sicher. Wo das so Ding ist. Aber wenn wir uns jetzt für die 750er Variante entscheiden. Mozzarella. Parmesan. Äh. Thunfisch und den ganzen Schnulli. Dann brauchen wir definitiv hier noch so eine Erweiterung. Und da haben wir jetzt die Kohle aktuell nicht dafür. Äh. Detwegen. Äh. Detwegen. Detwegen. Ist das so eine Sache. Detwegen. Aber naja gut. Ähm. Ich würde sagen. Wir haben erstmal aufgeräumt. Ich grinde jetzt nochmal nach. Dass wir jetzt nochmal Kohle reinkriegen. Dass wir dann in der nächsten Folge. Dann uns die Lizenz kaufen. Plus noch einen dritten Kühlschrank. Dass das erstmal so wird wie es wird. Und äh. Ja. Aber dann passt das. Ich glaube erstmal so. Dann seid ihr auch mit der Dings dabei. Ihr verpasst nichts. Ihr verpasst jetzt hier nur den Verkauf. Aber ihr habt es jetzt schon gesehen. Funktioniert ja hier auch keine Probleme. Also von daher alles easy peasy. Ähm. Deswegen. Und ich kann. Dass ich vielleicht noch zu Ende gesagt. Ich kann nicht permanent 40 Minuten Folge machen. Das geht sich von der Zeit nicht aus. Ne. Ihr müsst da so. Also es ist bei mir schon eine einfache Rechnung. 40 Minuten Gameplay ist für mich mehr oder weniger 40 Minuten Arbeit. Äh. Plus halt Render nochmal dazu. Gut sagen wir mal 50 Minuten Arbeit. Äh. Ja. Ich habe aber mehrere Projekte. Iiii. So eine Sache. Aber ich sehe zu. Das ist so gut. Ne. Also wir bleiben so Pi mal Daumen bei 25 bis 30 Minuten. Pro Folge. Oder wie heute. Fast 35 Minuten. In dem Sinne. Lange genug gequatscht. Wir hören uns morgen wieder. Lasst ein Däumchen Abo da. Wenn es euch gefallen hat. Und bis dann auch da ranne. Tschüssi Gowski. Tschüssi Lü.